Ich erkläre es später. Ist gut. Hallo, ciao CookieNator. Es gibt auf jeden Fall ein gestohlenes Herz. Hallo CookieNator, schön bist du dabei. Zuerst kannst du zurückgeben, ich habe nicht mehr so eins. Ja, ich habe mir gerade überlegt, wem habe ich eigentlich das Herz gestohlen? Ist es eigentlich von CookieNator? Ich weiss es nicht, ich gebe es dann später zurück. Der Frohe Valentin gibt es mir sogar noch ein zweites Geschenk. Wow, okay. Hey, schauen wir mal, was ich dann noch als zweites bekomme. Ein Gefühl der Verzückung. Das habe ich auch bekommen, er bekommt das gleiche wie Nick. Ja, wahrscheinlich will man das gleiche Spiel einspielen, vielleicht. Hey, ich habe es auch bekommen, ihr glaubt es nicht. Das ist das gestohlenes Herz. Das ist unglaublich. Ah, schau mal, wie der schön grüße, wie der schön bitte sagt. Oder danke, je nachdem. Der wird doch eh gut, oder das ist doch der mit dem Bart. Hey, ich bekomme nochmals ein Geschenk. Überleg du mir, ich werde beschenkt. Das ist ja wie Weihnachten heute. Oh, das sieht aber krass aus. Deep Sea Cloths. Okay, kann ich eigentlich mit denen schwimmen? Geil. Die hast du nicht überkommst, Karas Nick, gell? Nein. Siehst du, die kommen nur ich über, weil ich ein Schwimmmeister bin. Einmal zumindest jetzt. Okay, wir schliessen das Ganze jetzt. Und dann hoffe ich, dass wir uns einloggen können, so bald wie möglich. Lass noch. Moment. Wir warten auf unseren Host und unseren Chefadmin, unseren Juti. Ich wäre im Fall, geht es jetzt schon langsam vor Winter zu eigentlich? Ich kann gleich mal verstanden, dass ihr seht, wir haben den Herrn Stag 14. Der Winter ist vorbei, liebe Leute. Warte jetzt noch, kommt dann schon noch. Ich bin letztes Wochenende geschlitteln, weißt du, was du hast. Ja, ich bin im Fall auch geschlitteln, letztes Wochenende. Es ist mega cool gewesen. Ja, bei uns auch. Ganz cool. Also, ja, es ist mega cool gewesen. Ich war in Totmoos, wo bist du gewesen? Also, läuft. Aber ich sehe dich nicht. Ich suche einfach mal. Jutis Welt, ich habe ihn schon gefunden. Wie hast du ihn gesucht? Ich nehme, dass ich im Filter eingehe, Juti. Juti! Dieser Server erlaubt Modifikationen. Sollte ein Fehler auftreten beim Spielen auf modifizierten Surfern, kann Clay dabei keine Hilfe leisten. Sehr schön. Das musst du mir nicht mehr zeigen, ist okay. Das ist aber nicht lustig. Lieber Juti, ich brauche ein Passwort. Das gleiche wie das letzte Mal. Ja, ich weiss es auch noch nicht mehr. Kannst du es mal im Chat schreiben? Juuu. Warte, ich muss dann ein paar schnell noch Discord auf. Ich sehe es im Fall nicht einmal. In welchen Chat schreibe ich das, wo nicht gerade die ganze Welt das nicht durchkommt? Tritsch. Oder auf Reddit. Ja, schreibe ich es doch. Ich sage, was du zu sagen hast. Jutis Welt, fortfahren. Sag, was du zu sagen hast. Also, ich habe es gesagt. Ah ja, ist gut. Das ist es gewesen. Ah ja, stimmt. Kann ich es jetzt wieder löschen? Oh. Also, ich weiss nicht, ob du es wieder löschen kannst. Ich habe es mal gelöscht. Ist das gegangen? Ist das echt gegangen? Bei mir ist es zumindest weg. Okay, cool. Warte, ich schreibe es nochmal. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Äh, der Cookie-Nator weiss es gleich. Scheisse. Ich bin abgestützt. Nein, ich bin dabei. Ich bin abgestützt. Nein, ich bin dabei. Ich bin da. Hallo. Hallo zusammen. Ich habe es schon ein Programm schliessen und so. Auf Antwort auf das Programm warten. Sammel Hundezahn. Hey, aber ich habe auch. Karasnick taucht auch gerade da auf. Wunderbar. Also, dort oben haben wir Zeit. Jetzt ist ja gerade Nacht. Tag 14. Also, ich sehe da Essen. 110 von 150 klingt immer mal solid. Wow. Ich habe nur so ein Essen. Wir haben aber überhaupt nichts zu essen. Aber ich habe da den Kochtopf aufgetan. Warte. Alles, was ich habe, ist hier unten in dieser Liste. Oh, ich habe es weg. Kann das sein? Oh, was habe ich da? Fleischböllerli. Mhh, die essen wir gerade. Dann sind die mal weg. Ich habe im Fall noch genau das Fleischböllerli. Ich habe auch nicht. Ich habe das Fleischböllerli. Gut, lieber Cookie-Nator. Wenn du ja jetzt das Passwort weisst, kannst du auch beitreten. Wahrscheinlich. Ah, stimmt. Das Talbert. Ich habe im Fall noch geschaut. Das ist gar nicht so einfach zu bekommen. Ich habe das überhaupt nicht bekommen. Keine Ahnung. Ich habe es einfach bekommen. Ah, du meinst, das... Machen wir einen Feuer? Ähm, ja, warte schnell. Ich bin dran, ich bin dran. Warte, wo ist Holz da? Holz. Ich habe schon Feuer gemacht. Wo? Aber ein kleines Feuerli ist da. Komm, gib ein bisschen Holz rein. Hallo? Ja, warte, ich würde ja gar mal weg. Ich mache gar nichts. Alles geben. Jetzt habe ich es dir gegeben. Jetzt hast du es mir gegeben. Ja, danke. Was will ich mit deinem Holz? Mach einfach Holz rein. Wood is always off value. Okay, also ich rühre mal das Holz da nebenan, dass wir es haben. Stopp. Ich habe da beim Feuerzeug noch so ein... Und dann habe ich das jetzt gebaut. Ich habe das Ausrufezeichen gehabt. Wahrscheinlich schon. Einen Rasierer habe ich gebaut. Was mache ich mit dem Rasierer? Du kannst dir den Bart abschneiden. Würde ich aber nicht machen. Nein, mach das nicht, weil das Gitter im Winter warm, also erst nach dem Winter. Aber was willst du machen? Was ist immer noch im Winter? Haben wir schon Beinverlose gefunden? Ja, da braucht es einen Titel zum Achsen. Wir brauchen unbedingt Beinverlose für den Winter, um so Winterhüttchen zu bauen. Nein, wir haben noch keine Beinverlose gefunden. Ich gehe mal suchen. Oh, die sind ganz weit im Süden. Oh, die sind ganz, ganz weit im Süden. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja, nein, ich habe es nicht gesehen. Aber ich meine, im Norden ist ja fertig. Im Norden hat es nichts mehr. Nein, es kann nur in den Süden gehen. Okay, ich bin also Süden, dann kann ich irgendwo rechts gehen. Ja, ja, ich gehe mal in die Richtung. Ja, es wird jetzt... Es ist schon... Nacht ist schon vorbei. Ja, ja, es ist eine kurze Nacht. Ja, es ist erst Mitte, Herbst. Ich habe den Herbst ein bisschen länger gemacht, das passt schon. Was wir noch brauchen, ist... Ich besorge das. Bienenlienester. Das habe ich gefunden, das habe ich gefunden. Weisst du, wie man die baut und wie man die pflückt? Nein, nein, für das habe ich zuerst Netz. Also, wir brauchen zuerst Netz. Wir brauchen zum Erfangen mitzubauen. Das heisst, dein Job ist in dem Fall... Wobei, das sollte gescheitert den Gamerock machen, weil er ist ein Kämpfer. Jawohl, ich bin bereit. Was er eigentlich nicht gibt, aber du musst Spinen farmen. Also, ich gehe Buffalo suchen. Und, hey, warte, stopp, stopp. Nimm den Rasierer mit und in der Nacht... ...machst du einfach das Lagerfeuer neben den Buffaloes. Und in der Nacht kannst du sie rasieren. Aber nur in der Nacht. Am Tag durch, dann haben sie nicht zu geben. Warte, jetzt muss ich schnell schauen, sie brauchen für das Feuer. Ich weiss es nämlich nicht mehr. Lagerfeuer. Spendet Licht, rettet Leben. Du kannst es schon fortproduzieren. Du musst es nicht setzen, dann hast du immer auch auf Reserve. Und wir haben hier unsere Farm aufgebaut von Zeug. Und was ihr unbedingt findet, sind die Uhrwerke, die mechanischen Kreaturen, damit wir Kühlschränke bauen können. Das sind so die drei wichtigsten Sachen. Aber das ist mit dem Hammer irgendwie, oder? Nein, die musst du einfach rein. Die sind auf so Marmor-Fliesenfeldern, wo du mal eins gefunden hast. Wie würde ich das Feuer vorproduzieren? Du produzierst es selbst und nicht setzen. Brauchen wir noch zwei Gäme? Haben wir im Moment... Gut, das sind noch das Einzige. Schau mal. Ja, grundsätzlich schon. Wir haben nicht so... Ja, es geht so. Was soll ich jetzt mit den Bienen machen? Was soll ich mit den Bienen machen? Im Moment gar nichts, wir brauchen die Netze für das. Du gehst jetzt spinnenfarmen. Gamerocker, spinnenfarmen. Spinnen? Spinnen. Du gehst jetzt das eine Spinne nach der anderen und tust dort nicht zu fahren. Okay. Ich weiss nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... Oh, das ist eine sehr gute Idee. Also ich würde das gerne machen. Wenn du das sagst, bin ich jetzt aber falsch weggelaufen. Dann muss ich da durch. Höh, da schwimmt ein Laiche im Wasser. Leider kann ich den nicht sammeln. Kann man irgendetwas bauen, damit man Schiffchen fahren oder so? Kann man ein Floss bauen oder etwas? Ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn Simon geht und spinnenfarmen. Nein, nein, ich kann das schon. Ich muss einfach jetzt hier raus. Nur, ich habe nur gefragt, ob ich ein Floss bauen kann. Du bist immer so schnell abgelenkt. Ja, wenn eine solche Laiche im Wasser liegen, interessiert mich das. Wieso kann ich das nicht kürzen? Entschuldigung für den Ausdruck. Wo sind jetzt die Spinnen? Da, da, ich gelaufen richtig. Der Speer ist schon gut, um die Spinnen zu killen, oder? Der ist optimal, oder? Ich glaube, dein Charakter kommt da nicht Moral oder irgendetwas rüber, wenn er eine Kreatur killt. Ich weiss nicht, was sind das da für... What Flags of Skills? Okay, die muss ich nicht killen, oder? Die Viecher. Was, bitte? Noch mal. Soll ich die Viecher da auch killen? Du musst die Viecher beschreiben, weil ich sie nicht auf deinem Bildschirm sehe. Aber, sorry, das Lagerfeuer kann ich nur platzieren. Ich kille es mal. Ah, die Gant. Nein, du kannst... Ich glaube, wenn du rechts klickst, dann geht es wieder weg. All right, platzieren, du weiss. Wo sind jetzt die Spinnen? Sie sind doch da nebenan, da links. Was? Es wird schon abend. Heider. So. Ja, kommt nur. Autsch, verdammt. Scheisse, da kommen mehr als nur zwei, drei Spinnen, he? Okay, ist gut. Ja, easy, du hast ja Rüstung. Schau auf, dass die Rüstung ganz ist. Und dann hafst du die weg. Ah, die Grünen gehen aber Gas, verdammt. Die Grünen Spinnen, von denen hast du nichts gesagt. Ist das ein politisches Statement? Ah, verdammt. Apropos. Hey, die Grünen Spinnen gehen voll ab. Von denen hast du mich nicht gewarnt. Ja, die kille ist ganz lockergeblieben. Also soll ich das machen? Ah, verdammt. Gibt eins auf den Kopf, du blöde Spinnen. Ey, die verrecken nicht einmal. Kannst du die nicht killen? Ich würde gerne im Stream hinein schauen, dass es gerade abgeht. Ich bin da die blöde Spinnen am Kille. So, muss ich das Spinnendrüsen brauchen, oder was? Wie ging es das zu kämpfen? Welche Tasten? Aber F. F. Oder lang E drücken, geht auch wie immer. Lang E ist wie immer das F. Drei schlau, nicht weglaufen. Ja, du hast gut geredet, CookieNator. Richtig. Mal, CookieNator hat völlig recht. Ah, sammle seine Idee. Das muss ich haben. Ja, ist gut. Ah, verdammt. Blödes Spinnenvieh. Hau ab! Ich mache fertig. Kann ich die Holzrüstung irgendwie reparieren? Nein, die musst du neu bauen. Komm nur, komm nur. Mach dich fertig. Ich komme ein Spinnendrüsen nach dem anderen rüber. Aber wie viele von diesen Spinnendrüsen brauchen wir? Brauchen wir auch. Äh, sehr viel. Du bleibst über Nacht geirrt. Sehr viel? Also stellst du dir ein bisschen das Lagerfeuerchen auf, machst es bequem. Ja, ich muss ein Lagerfeuer haben. Moment, kann ich eins machen? Nur eins mit Holz. Okay, das ist egal. Mach mal eins, dass ich eins habe. Oh, zum Glück habe ich Holz. Kann ich Eicheln und Tannenzäpfe rausschmeissen? Äh, Eicheln ja, Tannenzäpfe wäre nicht schlecht, damit wir uns in den Wald abpflanzen können. Ich kann sogar kochen, oder? Ja, ich kann... Oh nein, es wird dunkel. Shit, und jetzt kommen die Spinnenden auf mich zu. Lass, 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 lass. Ey, nein, verdammt. Komm jetzt. Jetzt habt ihr Angst plötzlich, oder was? Geht eins aufs Dach da. Schau, Kinato, kannst du dir kommentieren, was da abgeht. Ich werde gerade von etwa zehn Spinnenden angegriffen in der Nacht. Sehr gut gemacht, Gamerocker. Sehr gut gemacht, Gamerocker. Kopfspinnen. Und ich habe nichts zu fressen dabei, das ist schlecht. Das ist schlecht. Kann ich das Monsterfleisch irgendwie fressen? Ja, würde ich dich nicht empfehlen. Autsch! Ich darf nicht verrecken, ich darf einfach nicht verrecken. Famous last words. Nein, nein, verdammt! Ah, noch fuhr, fuhr lecker. Scheisse, meine Rüstung ist am Arsch. Ja, dann ist es aber nicht mehr gut. Ah, das kommt schon gut. Ah, das ist nicht gut gekommen. Ah, das wäre schön. Ich bin ja nicht schon der Freude, aber schon ein bisschen... Du wirst mich schlauen, wenn du sie schläfst. Ja, er läuft immer weg. Ja klar, ich laufe immer weg. Ähm, woher muss ich jetzt, wenn ich der Geist bin? Äh, zum Portal. Zum Portal oder so, es gibt noch einen Schrein. Wo bist du? Ja, ganz weit. Ja, aber wenn du zurückläufst Richtung Basis, sie ist nicht nur dort, wo das Gelbe anfährt. Das ist ein Schrein, du siehst ihn. Rechtshine. Ja, ja, echt gut. Ja, er lacht immer weg, obwohl sie kaum Schaden machen und braucht den Angriff immer wieder. Ah, ich kann übers Wasser fliegen, das ist ja geil. Was ist mit so komischen Schafe? Komische Schafe? Die würde ich mal nähen. Keine Ahnung, das ist etwas Neues, was ich nicht kenne. Soll ich mal eins töten? Vielleicht kannst du sie melken. Probier doch mal Schafsmilch aus ihnen rauszuholen. Es sieht aus wie Schafe. Sie heißen... Greif mal eins an. Ja, ja, greif mal eins an. Ein Hirsch. Ah, ein Hirsch. Jetzt redet er doch mal. Ein Hirsch? Du dumm sei. Ähm, ich würde sagen, da oben ist das Portal. Ich fand jedenfalls ein tolles Ding, das lauter geschnittenes Gras rumläuft und so komische Viecher. Da geht es in eine Höhle, das ist nicht so gut, oder? Ist gefährlich. So Höhle sind gefährlich. Und da hat es ein kleiner Gletscher. Kleiner Gletscher, jetzt legt es mir so viel. Ich habe einen kleinen Gletscher. Hä? Ist es nicht das Portal? Hallo? Oh, klingt aber nicht gut. Das bist für immer... Oh, ich habe ein Dorf gefunden. Da gibt es so ein Dorf. Und in der Nähe vom Dorf hat es doch immer... Oh, jetzt habe ich den Schweinekönig. Das ist doch geil, oder? Das ist gut, ja. Dann können wir Gold betauschen. Yeah, ich bin wieder da. Wie hast du es jetzt gemacht? Anklicken wahrscheinlich. Ja, angeklickt, genau. Ähm... Ich muss aber jetzt unbedingt etwas zu essen haben, lieber Chuty. Untersuche ein Skelett. Untersuche ein Skelett. Mit dem Hammer draufschlagen. Ja, ja, das ist immer gut. Mit dem Hammer, ja, das müsste eigentlich irgendetwas geben. Hammer. Hammer. Es hat Zeit gegeben. Und zwar Knochensplitter. Okay. Stein, Ziegel, brauchen wir. Die kann man immer brauchen, ja. Ja, ist das ein Survival-Game. Du kannst alles brauchen. Deine Spitzhacke kann ich auch brauchen. 50 Prozent, ja. Gut. Wie gesagt, ich brauche etwas zu essen. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche alles. Und ich kann nichts. Wie ist das gegangen mit den Fleisch, Küggeli? Aber du kannst dein Zeug zurückholen, dort, wo du gestorben bist. Ich brauche es. Pilz, ja cool, oder? Roter Pilz. Leigt das? Aber ich muss zuerst unbedingt etwas zu essen haben. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, ist gut. Ich habe es gesehen. Ähm. Ah. Nein, meine Gesundheit ist so schlecht. Wie kann ich meine Gesundheit erhöhen? Also, mein Herz. Wie kann ich mein Herz wieder... Ich gebe mein gestohlenes Herz. Hey, du gibst dein gestohlenes Herz. Hol den Stumpf. Hol den Stumpf. Hol den Stumpf. Untersuchen. Jetzt dann in den Stein. Effe. Vielleicht muss ich ein bisschen Blümchen sammeln, oder? Das kann man auch so sein. Nein, nein. Mit Trockenfleisch. Aber wie kann man einen Stapel teilen? Ah. Mit Shift. Lange drücken. Ja, dann komm mal vorbei. Ich habe da ein bisschen Trockenfleisch. Ja, ich komme zu dir. Aber dann schau wirklich an den Spinner, Gamerock. Es ist wichtig, dass wir die Netze haben. Sonst kommen wir nicht weiter. Ja, ich habe zwei Netze gefangen. Äh, habe ich rausgebracht. Komm, gib mir. Danke. Und... Nein, das ist im Fall nur für den Food. Ich brauche etwas, das mein Herz heilt. Äh, und ich muss eine Rüstung haben. Und ich muss eine Rüstung haben. Wie? Trockenfleisch. Du die HP herstellen. Ja. Ich muss jetzt sehr schnell eine Rüstung bauen. Ähm... Wie komme ich zu so einer Holzrüstung? Wo ist die auch schon wieder? Verdammt. Mehr Food. Ähm... Du musst dann näher zu einem von den Dings stehen. Von diesen äh... Buffaloes. Buffaloes ich habe. Zwei Gold. Was muss ich machen? Ja. Du sammelst Scheisse. Scheisse sammeln. Und... In der Nacht tust du die ähm... Rasieren. Und wieso nicht am Tag? Äh, kannst du gerne machen, aber sie werden dir irgendwie einen dritten Arsch geben. Ja, einen dritten Arsch ist nicht so so. Ist das gleiche wie wenn der Muckstier die Haare schneidet? Wie reagierst du dann? Äh, ich sehe ein bisschen nicht mehr davon. So. Das ist richtig penetrant. Ja. Ich dachte letztens noch behauptet, wir haben... Gestern haben wir im Fall behauptet, wir haben ihn die Haare klauen. Was? Was? Nein, ist wahr? Wir haben ihn ja mal schon. Der ja die, die man schon geschnitten hat. Also... Sorry. Keine Ahnung. Also muss man Haare haben. So. Ja. Sorry, ich habe keine Haare. Ähm... Was brauche ich noch? Seile. Wie mache ich Seile? Ah, das ist einfach scheisse. Du hast doch keine Suchenfunktion. Wie machst du Seile? Und vor allem, wo finde ich die? Äh, da gibt es im Fall noch gerade Spinnen. Jaja, mach sie fertig. Nein! Seile hast du beim Veredeln bei diesem Diamanten. Nein, ich muss scheisse sammeln. Edeln. Ah. Okay. Ich mache den Scheisse sammeln. Ich brauche zwei von denen. Ähm, wir bringe ich Herz und Dinge mit... Irgendetwas war doch mit so einer Bildsuppe, oder? Für was? Für Herz und... Verstopftes Erdloch. Ist ja auch noch lustig. Ah. Verstopftes Erdloch freilegen. Nein, oh, komm. Untersuche verstopftes Erdloch. Ich gehe nicht rein. So. Gut. Ich würde springen in Wurmloch. Das mache ich nachher. Das wäre doch super, wenn das da gerade zu uns hoch würde. Wurmlochen. Oh, oh, oh! Es wird im Fall dunkel. Ah, jetzt in der Nähe von den Buffaloes ein Feuer machen. Oder du nimmst eine Fackel, aber das Feuer ist eigentlich besser. Dann... Sie den Rasierer rasieren. Ich will mich im Fall nicht rasieren. Ich will die Buffaloes rasieren. Jetzt darf ich das nicht falsch machen. Ah, du hättest ja noch einen Helm gehabt. Wieso habe ich denn einen gemacht? Nee. Was ist, wenn ich jetzt... Muss ich es rechts klicken und auf den Buffalo? Weisst du es gut? Du nimmst den Rasierer in die Hand und klickst damit auf den Buffalo. Ja, ich kann den eben gerade nicht in die Hand nehmen. Das ist ja... So, also... Ähm... Ich finde jetzt mega viel von diesen komischen... Versteckte Zauberkraft. Brauche ich ihn nicht. Jetzt... nein! Jetzt habe ich mich selber rasiert. Das habe ich eben... Hehehehe. Ah, hei, Mann, mein Bruder. Ich kann es im Fall echt nicht in die Hand nehmen. Es ist mega blöd. Aber ich brände... Wieso kannst du nicht... Kannst du das in die Hand nehmen? Nein, nein, nein. Nein, ich kann es nicht. Ich kann es echt nicht in die Hand nehmen. Du klickst es links an und ziehst es raus. So nimmst du es in die Hand. Ja, das würde ich ja gerne. Aber es würde ja gerne, Mann. Mach es doch einfach. Hehehehe. Ja, also, oder? Also, ich weiss nicht, was er da tut. Er soll es doch einfach machen. Ja. Ja. Ich mache es doch einfach. Hehehe. Du kannst ja einen geilen Tanz machen, Chuty. Hehehe. Mach das meine auch. Meine kratzt sich nur am Arsch. Nein, du musst... Machst Y und dann Slash Dance. Y? Ah. Ich kann es im Fall echt nicht in die Hand nehmen. Slash Dance. Du tust... Du tust es... Aha. Drag and drop of things. So einfach. Also... Und wie viel brauchen wir von diesem Zeug? Ja, die Nacht ist jetzt nicht vorbei. Ich rassiere, denke ich jetzt. Wo die Nacht vorbei ist. So, also, ich gehe mein Zeug wieder holen. Egal. Ich habe nicht herausgefunden, ähm... Wie, dass ich dann so einen Tanz machen kann. Aber ist gut, lieber Kukinator. Ich nehme die Tipp an. Nicht sterben. Ist okay. Ich bin waffenlos. Ich wage mich ohne Waffe... Ähm... Als Ziel. Das nennt man mal mutig. Wir gehen voller Mut rein. Und ich gehe jetzt einfach wieder zu den Spinnen an. Ja, oder? Mhm. Oder... Skarasnik. Hättest du ein paar Spinnennetze machen können? Ich brauche ganz viel. Ganz ruhig Spinnen. Ich kümmere mich nicht um Spinnennetze. Ich kümmere mich um Scheisse und um Haare. Das sind zwei Sachen, die in der Kombination echt grusig töten. Ja. Das ist mir egal. Ich muss jetzt keine. Gut. Ich würde aber extrem gerne mein Herzli-Ding wieder hoch machen. Ich auch. Das würde ich auch extrem gerne. Du hast doch zuerst mal irgendetwas gesehen gehabt von... Also entweder Blumenkranze oder ist doch etwas? Nein, nein. Also du meinst maximal mögliche HP ist bei euch angekratzt, weil sie gestorben sind? Ja. Bei mir ist eigentlich alles angekratzt. Da gibt es irgendeine Seite, die man machen kann. Du musst nachher mal schauen beim Vorstellungsgerät. Aha. Und du weißt, bei mir kann man so Schatten in der Nacht immer. Da die Schatten, die so... Und das bedeutet doch irgendwie, dass ich so ein wenig Panik habe vor Panik. Das ist das mittlere Symbol dort mit dem hier. Ja, genau. Wieso ist es im Fall geiler als Deiss, Gamerock? Was Deiss? Was ist geiler als Deiss? Wieso? Wieso? Ich habe vielleicht noch gesehen, welche Jahreszeit wir haben. Ich habe genau die Zahlen angeht. Ich habe gesehen, wie warm es ist. Wieso hast du denn das alles? Keine Ahnung. Das finde ich nicht geil.